Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 11. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1022. Heute mit den folgenden Themen. Monterey, externes Display, tvOS 15, Amazon, Harmony OS und Shure. Ich beginne mit Monterey, dem neuen Mac-Betriebssystem, also macOS für die Rechner, Macbooks, iMacs, Macmini etc., was ja ab Herbst dann auf eure Geräte wandert. Da gibt es eine schöne neue Nachmeldung, wir haben ja immer noch WWDC und da kommen einige Geschichten hinten nach, dass wenn man zukünftig ein solches Gerät löschen möchte, dass man das dann ähnlich wie beim iPhone machen kann oder wird, wie auch immer. Denn es heisst, dass wenn man ein Gerät zurücksetzen möchte, werden einfach die privaten Daten gelöscht und da die E immer mit dem T2-Chip verschlüsselt auf dem Gerät liegen, werden die auch sicher und gut gelöscht und das Betriebssystem wird in dem Sinn nicht angegriffen, sondern einfach nur bereinigt. Das könnt ihr alles beschleunigen und vor allem eben vereinfachen. Dann gibt es noch weitere Neuigkeiten zu Mac OS 12, genannt Monterey. Wenn ihr die neue Airplay-Funktion nutzt, ihr könnt jetzt auf dem Mac streamen mit neueren Rechnern, das sind MacBooks Pro ab 2018, Airs ab 2018, iMac ab 2019, iMac Pro ab 2017, Mac Mini aus 2020 oder neuer und der Mac Pro aus 2019, dann könnt ihr sogar einen anderen Mac als externes Display nutzen. Sehr, sehr praktisch. Das gab es doch mal irgendwie schon mit einem iMac. Glaube ich, irgendwann mal. Auf jeden Fall praktisch, wie gesagt. Weiter geht es mit tvOS und da ist es ja immer so eine Sache, wenn man sich irgendwo einloggen möchte, dann durfte man über die Fernbedienung das Ganze eintippen. Man konnte Apple Remote, also die App auf dem iPhone nutzen oder auf dem iPad und konnte dann über die Tastatur einloggen oder das Ganze eintippen oder reinkopieren, was deutlich einfacher ist. In Zukunft wird es noch einfacher. Wenn ihr euch einloggen müsst, kommt ihr die Frage auf dem iPhone, darf sich das für euch einloggen mit Face ID oder Touch ID und schon seid ihr drin. Sehr, sehr schick und einfach gelöst. Amazon hat mehr Daten gesammelt, als sie hätten dürfen. Das zumindest, wenn es um die DSGVO geht oder die luxemburgische Datenschutzkommission CNPD. Diese haben da nämlich diesen Verstoss festgestellt an die anderen 26 nationalen Datenschutzbehörden der EU-Länder mitgeteilt und wenn es dumm geht und schnell geht, wird Amazon bald 425 Millionen Dollar los sein, dass sie dafür als Strafe bezahlen darf. Recht so, würde ich doch behaupten, wenn das denn wirklich so gewesen ist. Mal schauen. Dann gibt es Neuigkeiten und jetzt im Disclaimer wichtig, funktioniert zumindest in China, denn da ist die Harmony OS 2.0 für gewisse Geräte schon da, das Huawei eigene Betriebssystem. Wer da wechselt von einem Android auf eben Harmony OS, also quasi ein Update durchführt, der kann alle Daten und alle Apps weiterhin nutzen. Klingt super, aber eben für uns wahrscheinlich eher nicht. Der Grund ist relativ einfach. In China gibt es keine Google-Dienste unter Android und somit sind die Geschichten, also die Apps, die da drauf laufen, natürlich auch anders aufgebaut und können so einfacher transferiert werden. Somit wird das wahrscheinlich bei uns nicht ganz funktionieren. Vielleicht die Daten können übertragen werden, aber ziemlich sicherlich nicht die Apps, zumindest die, die auf Google-Dienste angewiesen sind. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Wir sind in grossen Schritten aufs Wochenende unterwegs. Es wird sehr heiss für all diejenigen, die das Wetter geniessen können und möchten und nicht arbeiten dürfen. Geniesst es für all diejenigen, die arbeiten, like me zum Beispiel, geniesst es auch und tut was Sinnvolles. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.